So liebe Leute, der Trend is your friend, ja bei uns sieht der Trend nicht gerade gut aus, zuletzt zwei Niederlagen, das ist nicht so prickelnd, also hier sehen wir es nochmal, 3-1 Sieg, das war noch ganz in Ordnung, aber dann 1-2 gegen Slovan Liberec und natürlich Lille habt ihr gesehen zuletzt, das ist natürlich bitter gewesen, ähm, jetzt gehen wir mal rein, gucken wir uns das an, ja, normal, ne? Normale Mannschaft, würde ich sagen, not bad, sagt er, ja, nicht schlecht, so darf es natürlich nicht losgehen, Longshot, Tor, meine Güte, ja, wo war unser Keeper, haben wir keinen Keeper oder was, ne, der hat genau gepasst, ne, der ging genau ins Eck, Er hat mit einem Fehlpass gestartet die Geschichte und mit einem Tor geendet, ist ja unglaublich Ja, sehr gut, noch was Ah, Gott sei Dank Gott sei Dank Leute Gibt's noch nicht, doch, yes, wunderbar Thomas mit dem 2-1, wunderbar Leute Da sind wir am Start Womits Lass mich nicht abkochen, scheiße Ja Spitzpass und dann kommst du nicht hinterher, ne? Schlecht, sehr schwer zu verteidigen, weil einfach In den Lauf hier und dann hast du keinen, der da hinterher kommt Schade Schade, 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 schade Gut gemacht Perfekt gemacht Ja, Fasten, Mann Scheiße, das war so super Oh, fuck Oh, das gibt's doch nicht Sag mal, wie viel Pech hab ich denn eigentlich? Das gibt's nicht, ich kann mich so ärgern bei sowas Jetzt Kennen wir doch schon, auf geht's Reus, komm, bis schneller Ach, wieder zu spät Jetzt, Adrobben Kann das denn wahr sein, ey? Alles richtig gemacht Kann das, kann das sein Mit dem starken linken Fuß Also, leck mich doch am Arsch Wie für heute wieder Ist doch nicht normal Boah Ja Bäm Boah Man muss mal Glück haben Da musst du auch mal Glück haben Den hat er jetzt nicht selber Gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas? Ja So viel zu dem Thema Guck dir den Spasti an Guck dir den Spasti an Ah, bist du ein Vogel So, 5-2 Mit der Mit dem Tor Verabschiede ich mich, Leute Wir sehen uns in der nächsten Folge Das sind drei Punkte für uns Keine Ahnung, was mir da jetzt Gepasst hat Aber Unterm Strich Haben wir uns reingekämpft Haben das Ding hier gewonnen Natürlich ein bisschen hoch Ist klar Aber ihr habt's ja gesehen Bis dann Bis in der nächsten Folge Macht's gut Ciao, ciao Euer Bergi Ich ill thee Sp quality Ich heisse Ich heisse Sie kysleichen Ich heisse Das Baby Ich heisse L минимum Ich heisse Nice Tak